Ernste Lage, die höchste Zahl an Neuinfektionen binnen eines Tages lässt den Ruf nach bundesweiten Maßnahmen wieder lauter werden. Der Virologe Andreas Bergthaler unter anderem über Impfdurchbrüche und den dritten Stich, er ist bei uns im Studio. Furchtbare Verbrechen ereignen sich derzeit in Äthiopien. Die UNO berichtet von Morden, Folter und Massenvertreibungen. Und ausgezeichnetes Design. Die Austrian Fashion Awards zeigen aufsehenerregende Mode aus Österreich. Wie gesagt, so viele Corona-Neuinfektionen heute wie im ganzen Jahr noch nicht. 6.506 sind es, um ganz genau zu sein. Hier ist die Zippnacht, ganz herzlich willkommen dazu. Wir reden gleich darüber, was aus wissenschaftlicher Sicht jetzt zu tun wäre. Momentan jedenfalls reagieren alle Länder mit eher lokalen Maßnahmen. Ausreisekontrollen auf Bezirksebene, Maskenpflichten und so weiter. Julian Paschinger mit dem Stand der Dinge. Besonders rasch steigen die Corona-Zahlen in Oberösterreich. Auch die Landesregierung sieht jetzt Handlungsbedarf. Neben zusätzlichen Ausreisekontrollen in Kirchdorf und Welsland könnte es deutliche Verschärfungen der allgemeinen Corona-Regeln geben. Details sollen morgen präsentiert werden. Auch in Wien berät der Bürgermeister morgen mit Experten strengere Maßnahmen. Bereits fix sind neue Ausreisekontrollen in den Tiroler Bezirken Landeck und Reute. Zugleich wird der Ruf nach einheitlichen Regeln laut. Wir sollten bundeseinheitlich eine gleiche Vorgehensweise haben. Denn wir müssen schon sehr vorsichtig sein, dass wir die Bevölkerung nicht noch mehr verunsichern. Der Salzburger Infektiologe Richard Greil fordert sogar drastische Verschärfungen bis hin zu Lockdown-ähnlichen Vorgaben, wie er sagt. Vor allem, wenn die Regierung die dritte Impfung nicht stärker forciert. Wir werden, wenn wir die dritte Impfung nicht schnell genug hinbekommen, letzten Endes Beschränkungen für gleiche Art für alle Menschen brauchen, wenn wir das nicht kontrollieren können. Zumindest für ein Ende des Fleckerlteppichs an Corona-Regeln ist der Gesundheitsminister offen. Wir besprechen jetzt mit den Landeshauptleuten am Freitag das weitere Vorgehen. Aber Vereinheitlichungen sind sicherlich am Freitag auch Thema. Doch die Zeit drängt. Experten des Gesundheitsministeriums prognostizieren einen weiteren deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen. Schon bis Freitag werden sich wieder tausende Menschen infizieren. Der Virologe Andreas Bergthaler ist bei uns vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie für Wissenschaften. Ganz herzlich willkommen. Danke für's Spätekommen. Einen schönen guten Abend. Herr Bergthaler, bevor wir in die Zukunft blicken. In Wien hat es ja die ganze Zeit über aus Gründen strengere Maßnahmen gegeben. Waren die Bundesländer in den letzten Monaten zu lasch? Das ist eine Sichtweise, die man, glaube ich, einiges abgewinnen kann. Gerade im Hinblick auf dieses Präventionsparadoxon, dass man eigentlich versuchen sollte, auch wenn die Zahlen niedrig sind, dass man weiterhin versucht, das Virus zu hemmen, zu zirkulieren in der Bevölkerung. Und ich glaube, insgesamt sehen wir uns ein bisschen wie in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben all diese Situationen schon ein paar Mal gehabt, sind Déjà-Vus. Es gibt politische Beschuldigungen von Ländern, Bund, hin und her. Und ich glaube, eigentlich sind wir immer noch in der Pandemie und sollten hoffentlich was gelernt haben aus den letzten zwei Jahren. In der Statistik sehen wir ja, dass die Infektionen unter Ungeimpften quasi momentan wieder exponentiell steigen. Aber sie steigen auch unter den Geimpften, sind diese sogenannten Impfdurchbrüche. Was tun? Also das ist korrekt. Wir sehen auch bei den Geimpften und bei den Vollimmunisierten, laut aktuellen Daten der AGES, zumindest 40 Prozent der Infektionen sind sogenannte Impfdurchbrüche. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil je mehr geimpft sind, umso mehr Impfdurchbrüche haben wir auch. Das heißt, das sagt über die Wirksamkeit der Impfung an sich noch nichts aus. Es gibt uns aber tatsächlich einen Hinweis darauf, dass die Impfung, je länger sie zurückliegend ist, umso mehr an ihrer Wirkung verliert. Und das ist, glaube ich, gerade der springende Punkt, warum gerade jetzt für Personen, die entweder schon älter sind, Komorbiditäten haben oder wo die Impfung schon länger zurückliegt, dass sie die dritte Teilimpfung in Anspruch nehmen. Der Gesundheitsminister hat ja eben genau diese dritte Teilimpfung gestern erst empfohlen. Die Frage ist, wie kriegt man die Leute dazu, überhaupt einmal eine erste Impfung zu sich zu holen? Hätten Sie da eine Idee? Gute Frage. Ich glaube, das eine der Hammer wäre die Impfpflicht. Ich bin persönlich kein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht, wobei ich mich schon frage, ob man nicht eine Impfpflicht in Bereichen andenken sollte, wo zum Beispiel Patienten, schutzbedürftige Pfleglinge betreut werden. Das verwundert mich, dass es da immer noch Pfleger, Krankenschwester und Personal gibt, die nicht geimpft sind. Ja, ich glaube, das ist ein weiterer Aspekt. Aber ich sehe vor allem eigentlich das Problem in den Krankenhäusern, in den Pflege- und in den Altersheimen, dass das immer noch, gibt es natürlich einen erklecklichen Teil an Leute, die nicht geimpft sind. Und ich glaube, das sollte man versuchen anzugehen. Was natürlich besonders erschreckend ist, dass gerade diese Menschen, die in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen arbeiten, sich nicht impfen lassen. Und umso mehr, als man weiß, dass gerade die Leute, die dort zum Beispiel dann auf Station liegen, dass bei denen oft, die können sich selber nicht so gut schützen. Auch wenn die geimpft sind, wirkt die Impfung nicht, weil sie immunsupprimiert sind. Das heißt, ich glaube, da ist die Verantwortung nochmal ein Größeres, dass die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, sich auch immunisieren. Sie starten ja jetzt selbst auch mit Kolleginnen und Kollegen eine Initiative, um sozusagen die Impfung zu propagieren. Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen differenzieren. Es geht wirklich darum, zu diskutieren. Weil das ist ein Thema, da gibt es berechtigte Ängste und Sorgen. Ich glaube, die sollte man ernst nehmen und nicht einfach drüberfahren und sagen, lasst euch impfen. Aber sehr wohl, wir versuchen quasi einen Kanal aufzubauen, von der Wissenschaft und den Medien zu den Schülern, Lehrern und Eltern, um zu diskutieren, was sind die Vor- und Nachteile vom Impfen? Wie funktioniert Wissenschaft? Was hat es mit dieser Corona-Pandemie auf sich? Und ich glaube, wir sollten eigentlich nicht aufhören zu kommunizieren und versuchen, die Leute mit Argumenten und mit transparenten Informationen weiterhin zu versorgen. Eine Frage noch in Bezug auf die Verantwortlichen, in Bezug auf die Politik. Wir sehen ja schon seit Tagen, wenn nicht schon seit Wochen, dass die Zahlen wieder steigen. Am Freitag ist jetzt ein Krisengipfel im Bundeskanzleramt wieder geplant. Ist das nicht wieder zu spät? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wesen der Pandemie und das betrifft gar nicht nur Österreich, aber ich glaube, Österreich schon auch sehr besonders, dass wir immer hinterherhinken. Wir warten immer darauf, dass die Zahlen ausreichend sind, dass die Krankenhäuser ausreichend belegt sind, dass dann politisch der Druck so groß ist und auch, dass man es dann auch wirklich durchsetzen kann, die Maßnahmen. Und ich glaube, wenn wir dann ein bisschen mehr auf Vorausschau fahren würden und nicht immer nur kurzfristig denken, dann würden wir auch viel besser durch den anstehenden Winter kommen. Herr Bergthaler, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Warnstreiks heute in ganz Österreich. Auch die vierte Runde der Kollektivverhandlungen für die Metaller hat in der vergangenen Nacht kein Ergebnis gebracht. Die Arbeitnehmerseite beharrt auf der Forderung, die Löhne um 4 Prozent zu erhöhen. Es hat sehr erfolgreiche Unternehmenszahlen gegeben in der letzten Zeit. Die Unternehmen haben tolle Gewinne gemacht. Und jetzt, wenn es um die Arbeiterlöhne und Angestelltenlöhne geht, sagt man uns, das kann man sich nicht leisten. Das ist unglaubwürdig. Ein Angebot der Arbeitgeberseite von 2,75 Prozent hatte man zuvor eben abgelehnt. Neben höheren Löhnen fordern sich auch Erhöhung der Schichtzulagen und eine höhere Lehrlingsentschädigung etwa. Wir kommen jetzt ins Ausland. Furchtbare Dinge ereignen sich nämlich da gerade in Äthiopien. Morde an Zivilisten, Folter, sexuelle Gewalt, Massenvertreibungen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigt sich zuletzt äußerst besorgt über die Lage dort. Seit rund einem Jahr tobt in der Region Tigray bereits ein blutiger Bürgerkrieg zwischen dem Militär und bewaffneten Rebellen, der sich immer weiter ausbreitet. Zuletzt sind die Rebellen der Volksbefreiungsarmee weiter in Richtung der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba vorgerückt. Dort ruft die Regierung bereits die Bevölkerung auf, zu den Waffen zu greifen und die Feinde zu vernichten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Ich bin jung und werde in den Krieg ziehen. Ich möchte direkt an der Front eingesetzt werden. Die Leute sollten weniger schimpfen oder Rassenkonflikte schüren. Sie sollten sich besser zusammentun und ihr Land verteidigen. Die, die kämpfen können, sollen das tun. Auch ich werde mich dem Kampf anschließen. In der nördlichen Region Tigray, wo der Konflikt seinen Anfang nahm, ist die Lage verheerend. Die unsichere Lage macht es praktisch unmöglich, Hilfe in die Region zu bekommen. Fast eine halbe Million Menschen leidet dort an Hunger. Tausende Zivilisten sind im Zuge der Kämpfe ums Leben gekommen. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen wurden vertrieben. Und die guten Nachrichten, die gibt es, wenn, dann immer am Schluss bei uns. Wir schauen jetzt noch zu den Austrian Fashion Awards. Die sind heute Abend nämlich in Wien vergeben worden. Einer der Preisträger, Petar Petrov. Mode aus Österreich kann sich auch im internationalen Vergleich mittlerweile sehr, sehr gut sehen lassen. Der in Wien lebende Bulgare Petar Petrov wird von der internationalen Fachwelt gefeiert. Seine Damenmode, die er weltweit verkauft, steht für hohe Qualität von Material und Verarbeitung. Seine jüngsten Kollektionen waren heute als Modefilme zu sehen. Ich mag bewegtes Bild. Es hat eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Dynamik. Man kann mehr ausdrücken. Es ist nicht zu vergleichen mit einer Live-Show. Die Show heute Abend feierte das experimentelle Modedesign. Bis auf einige Boutiquen ist der heimische Textilhandel noch zögerlich, wenn es um den Verkauf junger Labels geht. Internationale Juryen sehen das anders. Wir finden unsere australische Modedesignerinnen eigentlich oft bei den wichtigen Modewettbewerben und Festivals. Es ist unglaublich, dass jedes Jahr ein paar Designers Finalisten werden oder Gewinner von diesem Preis sind. Wie etwa der steirische Designer Christoph Rumpf, der sein Label nach Paris verlegt hat. Mit seiner Mode aus Vintage-Stoffen liegt er voll im Trend. Einer von vielen jungen Kreativen, deren Namen man sich merken sollte. Und zum Schluss jetzt noch die Wetteraussichten. Eine Zone mit Regen und Schneefall überquert in den nächsten Stunden unser Land. Aber morgen tagsüber klingt der Regen dann wieder ab und es wird wieder zunehmend sonnig. Die Temperatur erreicht meist 7 bis 13 Grad. Im Süden der Steiermark sogar bis zu 17 Grad. Am Wochenende setzt sich dann trockenes und recht sonniges Wetter durch. Die Höchstwerte liegen meist um die 10 Grad. Die Asfinac erinnert übrigens heute einmal mehr an Winterreifen. Wechseln also auf keinen Fall vergessen. Es ist die Zeit dafür. Das war die letzte Zeit im Bild des Tages. Eine feine Nacht noch für Sie und bis morgen.